2. Weltkrieg Meine Güte, so langsam wie die ist, habe ich eher das Gefühl, dass die eher noch vor dem 2. Weltkrieg Förderland Neustaden Okay, der Panzer hat aber schon seine besten Tage gehabt, wa? So No, 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 no So Ah, ich sehe das, was du nicht siehst Und das ist Maschine Oh, hi Alter Was ist das denn jetzt hier? So 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 Das ist also die Schwachstelle hier Genau Gut Jetzt muss ich da wieder hoch Dann muss ich wieder kalibrieren und warten und ach ja, klar Ich muss nicht um wieder krepieren und warten Ja, Gottchen Hier ist das anstrengend Gut Überlebt Überlebt Ja, während die Rakete jetzt Wie oft sind die noch überleben Kommen die jetzt von da alle? Kommen die jetzt von da alle? Oder von da? Ähm Okay, jetzt geht's los Cool Cool Der Turm ist Matsch Der ist hinüber Die gehen jetzt alle ins Höhenloch rein Cool Und ziemlich saubere Kleidung dafür, dass sie da am Krieg sind war Das Kapitel war ziemlich kurz, da kommt doch noch was Das Kapitel war ziemlich kurz, da kommt doch noch was Cool Cool Weiter geht's Das ist schon mal echter Hammer Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hin kommen Aber das Spiel ist bestimmt noch lange nicht vorbei Und die letzte halbe Stunde hatte ich jetzt keinen Hustenanfallen mehr Kroatien Dieser Widerstandskampf, ey Also echt nach Kroatien soll es jetzt gehen Sie mich jetzt gerade so raushöre Oh Das ist schon mal schön Wow Der Zoo hat schon mal bessere Zeiten gesehen Oh Mama Mia Und dann Und lass uns mal Wo geht's jetzt hier lang? Ich kann doch schon mal ein Kapitel machen davon Und danach geht's aber erstmal in die Pause Heute ist Donnerstag Morgen ist auch Ich freu mich noch auf morgen Oh Mal diese Waffe wieder Perfekt Perfekt Die Waffen werde ich haben Genau Wir gehen jetzt in den Zoo Von Kroatien Nein, den Zoo gehe ich eigentlich gerne Jetzt werfen die auch noch Granaten auf mir Was Ich muss da wieder rüber und dann renne ich wieder rüber. Ich bin viel zu weit gerannt. Ich soll hier warten. Aber ich habe keinen Bock zu warten. Ich möchte euch alle haben. Krass. Und die nächsten bitte. So kommt man näher hier. Ich warte einmal ab bis genug da sind. Dann kann ich einige damit hoch sprengen. Was die mal da sind. Die sind absichtlich der Tonne ausgewiesen. Die sind ja schlaue Zombies. Gleich das erste Kapitel. Und das ist schon so hart. Ich muss das hier also abwarten bis ich genug getötet habe. Das ist ja nervig. Lass mich doch mal rein.